Ja, also erst einmal bedanke ich mich natürlich für das Vertrauen, das ich von Sölden jetzt wieder für die nächsten zwei Jahre kriegen kann. Ich glaube, wir sind ein super Team. Ich fühle mich fit, ich fühle mich soweit gesund. Also die ganzen Verletzungen, die ich gehabt habe, sind jetzt endlich einmal so gut es geht auskuriert. Und ja, ich glaube vom Skifahrerischen her schaut es auch schon wieder ganz gut aus. Von dem her, ich freue mich, wenn es jetzt losgeht. Natürlich ist das Ziel, dass ich wieder da hinkomme, wo ich war. Aber ich werde jetzt nicht ins erste Renner gehen und mir schon erwarten, dass ich da gleich fahren und mitfahre, sondern ich sehe das als Prozess, der jetzt einfach über die ganze Saison stattfindet. Für mich ist es Sölden auch fast schon wie eine Familie, so lange wie jetzt schon herkommt zum Trainieren und so lange wie die Partnerschaft jetzt schon geht. Und von den Trainingsmöglichkeiten ist natürlich super. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, so viele Nationen wir da sind, die trainieren nicht umsonst da, einfach weil wir immer perfekte Bedingungen haben. Es wird alles immer von den Bergbahnen dafür getan, dass wir super Möglichkeiten haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich meine im Sommer, wie man es ja schon mitkriegt hat, gibt es ja auch super Trainingsmöglichkeiten mit dem Radl fahren in der Area 47, wo man super Sachen machen kann. Also, ich sage einmal, wenn es einmal im Ötztal fährt wird, dann ist man das falsch aufgestellt, glaube ich. Ich habe das jetzt die letzten zwei Jahre noch mehr gespürt, einfach was das für ein Privileg ist, das ich habe als Profisportler quasi. Dass das mein Job ist, das ist nicht selbstverständlich. Und dass ich auch meinen Beruf, wenn man es so nennen will, an der freien Natur ausüben darf. Und gerade an so Tag wie heute, wenn die Sonne in der Früh erscheint, wir sind hier oben, da ist es noch dunkel. Und wenn dann die Sonne aufgeht, ja, das sind einfach Momente, das muss man aufsaugen. Und dass das natürlich jetzt auch wieder geht, gefreut mich umso mehr. Von dem her bin ich voll motiviert für die neue Saison.